Scheiße, hab meine Tastatur kaputtgemacht. Fuck off! Da war noch der Controller dran. Na? Das ist auch erotisch für dich, wenn ich ein Kabel rausziehe? Spielt man das Spiel besser mit Controller? In irgendeiner dieser Kisten habe ich meinen Controller. Ich weiß wirklich nicht, wo der ist. So, ich hoffe, wir müssen nicht Einstellungsspieler spielen. Fuck. Ich bin zufällig mit dem. Aber das ist ein Play-Z-Controller, ne? Boah, ich weiß nicht, wo der... Ich hab literally die ganzen Umzugskisten da, wo ihr sie nicht seht. Nämlich direkt unter dem Tisch. Ah! Hier, Mercedes-Benz Arena. 15.16. Genau, 15.16, du Schmock. 15.10.2016! Oh, da habe ich die Mercedes aus... Das ist aber lang her, ne? Da war ich erfolgreich, Leute. Play-Z-Controller kannst du mit Bluetooth verbinden? Ich habe keine Ahnung, wo an diesem... Das Ding ist noch nicht mal aufgeladen, Mann. Was ist das? Ist das USB-C oder USB-D? Ich habe gehört, man darf die Sachen nicht knicken, die Glas... Was ist das? Was ist das da rein? Groß, oder? Einen Satz habe ich früher öfter gesagt. Das, was du... Das Kabel, was du nicht brauchst. Das ist einfach... Ah! Was ist das? Kaputtes USB-C. Zusammengeklebt. Mit einem fucking... Na? Ist das auch erotisch für dich, wenn ich ein Kabel rausziehe? Ja, es ist... Ich hoffe... Ich glaube, das Kabel ist zu kurz. Nein! PC steht leider, äh... 5 Meter weiter. Es kam mir beim Rausziehen viel länger vor. Auch ein Satz, den... Jesus Christ. Puh! Ha! Du Sau, du! Ich krieg das Kabel nicht raus. Guck dir das mal an. Kann mir mal einer sagen, warum Kabel sowas machen? Du schmeißt das alles in Karton... Und dann können sie ja quasi im Karton liegen... Ohne miteinander zu bummeln. Was machen die, wenn du nicht hinguckst? Ich hab die so nicht verknotet und da reingelegt. The Secret Lives of Kabel. Ego... Oh! Ach nee, das ist das Ding von dem, was mir auf den Sack gefallen ist. Ja, es ist auch ein sehr kleines, Leute. Auch ein Satz, was man öffnet. Und außerdem komplett... Nee. Ich hab das vollkommen falsch herausgezogen. Das hier ist das USB-C. Das ist auch so kurz! Hast du keinen USB-Anschluss in der Tastatur? Das fragst du mich... Ja, ich guck mal. Scheiße, ich hab meine Tastatur kaputt gemacht. Und wenn du dann irgendwo drauf tippst, dann gibt's so... Wie so eine Spur, die sie hinterlässt. Seht ihr das? Oh, ist das geil. Oh. Hm. Wollen wir ein bisschen Tastatur-ASM... Warte, Jimmy ruft an. Das bedeutet nichts Gutes. Hey, Jimmy Lange. Ich freu mich, von dir zu hören. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Ich sehe gerade, du hast Probleme. Nein, nein. Ich... Ich rede mit meiner Community. Wir reden über, welcher Controller besser ist. Zum Beispiel, ob Xbox oder Playstation. Ich finde beide gut, aber Xbox... Ja, okay, ich hab Probleme. Neuer Monitor. Wie gut kommst du dahinter dran? Ist aber nicht lang genug. Also, ich... Tu mal so als ob. Ja. Warte. Doch. Ja, doch. Ich müsste quasi unter den Tisch durch. Zwei Treppen runter. Dann den Lift in den dritten Stock nehmen. Dann auf den Bus warten. Der kommt aber nur alle 30 Minuten. Und dann über die andere Straßenseite. Da ist der Monitor. Hm. Meint der? Hat der? Er müsste eigentlich haben, ja. Kann man den da reinstecken? Müssen wir mal ausprobieren. Der hat auch nichts dagegen, wenn man ihm hinten was reinsteckt? Oh Gott. Wer hat denn angefangen? Ich hab angefangen. Okay, dann würde die Länge reichen. Okay, wir kommen einfach nicht weg von diesem Thema. Du bist immer versaut, Jimmy. Immer. Es ist einfach... So, ähm... Ja, ich glaub der Weiße ist länger als der Schwarze. Ha, das hätte ich nur gedacht, dass ich sowas sagen würde. Mann, Vic, ich muss unter den fucking Tisch durch. Wo übrigens 80 Umzugskartons sind. Ist kein Scherz. Geh doch über den Tisch, oder nicht? Über den Tisch, damit ich meinen Sack in die Kamera halten. Ich muss ja auf die andere Seite gucken. Ich weiß ja nicht, wo die... Oder kannst du mir zufällig sagen, wo die Anschlüsse sind? Die müssten... Oder soll ich im Selfie-Modus gucken? Ich guck mal mit... Ich mach jetzt mal die Spy-Methode, wie ich's auch in der Darmtoile... Ähm... Ja! Ich seh diesen Arsch-Anschluss. Ich seh ihn! Warte, ich versuche jetzt mal ne Operation. Pass auf. Fuck, jetzt ist mein Handy runtergefallen! Soll ich das mal filmen? Oh, ist das geil. Ich film das. Ne, ich film das. Und stell das auf Insta-Net. Der leckt mich. Sag mir, wenn ich zu nah an die Kamera komme und die Leute wegschalten wegen der Falten. Äh, was? Ja! Nein! You fucking... Hat der PC denn jetzt auch erkannt? Weiß ich nicht. Wo muss ich das machen? Ist der... Ist der Controller am leuchten? Ich drück aufs X-Symbol. Och komm, hab ich das umsonst gemacht? Hast du, Sack, mich umsonst hinter meinen Monitor? Hast du das kaputte Kabel genommen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es kaputt ist. Es ist ja gepflegt. Das ist... Paketband. Na und? Das isoliert doch. Das hält doch. Och komm, ich hab dir vorher gesagt, dass das weiße länger ist. Und das ist... Ich nehm die ganze Zeit auf. Ach man! Die ganze Operation nochmal. Wir halten fest, das weiße war länger, aber kaputt. Fuck off! Da war noch der Controller dran. Guck! Der fängt schon an zu bumsen mit dem anderen K... Weißt du was bei USB scheiße ist? Du weißt ja nie welche... Die obere... Also das ist ja... Ne? Eines ist ja... Ein bisschen dicker. Mhm. Erzähl weiter. Was macht der denn da jetzt? Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob das auch funktioniert mit dem Monitor. Oh, die Kamera bewegt sich. Oh oh. Oh, da ist er. So! Der steckt drin. Was hast du denn da jetzt noch alles gefunden? Nix. Passt nicht rein. Weißt du warum nicht? Weil es kein USB-C zu USB-C ist, sondern so ein anderes Dreck. Was wolltest du mit dem Controller machen? So? Ein bisschen... ASMR. Ach so, geil. Batterien hast du auch nicht da. Zwei normale. Also nicht ganz kleine, sondern eine nochmal größere, weil das halt AA. Wer AA sagt, muss auch BB sagen. Hast du nicht noch so ein Kabel? Soll ich es eben vorbeibringen oder was? Ja, du wohnst ja um die Ecke. Oh my god! Was ist denn das? Warte auf, wir sind heute Abend nicht alleine. Bestehste? Wenn ich dann hier dran drehe, du... Oh, das geht ab. Muss doch ein USB-C da sein, oder? Guck mal, das ist der kaputte. Der taucht immer wieder auf. Nimm mich. Ich stecke ihn da hinten rein. Passt wie Sau, aber kaputt. Ich hatte ihn ja vorhin schon drin im Monitor, aber es ist ein kaputtes fucking Kabel. Ich habe alles perfekt gemacht, aber dieses Kabel... Okay, steck den mal eben so wie der mit dem kaputten Kabel in den PC ein. Guck, ob der anfängt zu leuchten, damit wir wissen, ob es jetzt am Monitor oder am Kabel liegt. Du sagst, das Kabel ist einwandfrei zusammengetapet. Verstehste? Das ist eine türkische Technik. Das habe ich gelernt in Antalya. Du musst die Kabel nicht sofort wegschmeißen. Das ist Umweltverschmutzung. Ich habe das gelernt. Mein türkischer Kollege Ali, der hat das so gemacht. Der hat gesagt, musst du tape? Dann geht gut diese. Und das funktioniert jetzt. Nur dein fucking Anschluss in diesen Deppen-Monitor. Von was denn? Asus. Der kann das nicht. Der kann das nicht. Verstehste, diese Asiaten, die können das nicht. Dann kommt Asus aus Asien. Nicht? Pass auf. Das funktioniert, aber das Kabel ist zu kurz. Ich meine, ich kann ja so das Spiel zocken. So Leute. Jetzt zocken wir straight. Ich kann ihn so lange aufladen. Und meinst du nicht, ich kann den Xbox-Controller dann nachher per Bluetooth verbinden? Ich weiß nicht, ob da ein Akku drin ist oder ob da Batterien drin sind. Ich frag den Chat. Der Chat weiß alles. Frag deine Frau. Genau. Ist das ein Series-X-Controller? Ja, ich glaube. Da steht ein großes X drauf. Da ist eine Klappe dran. Dann ist es Batterie. Frag deinen Sohn. Frag deinen Sohn. Jimmy. Jimmy, das war alles gescriptet, oder? Wollen wir das auflösen? War es das? Lös auf. Oh Arsch. Ich geb den Zwanni. Sag einfach, ja. Du hast super gespielt. Gib den Profi. Los. Das ist wenig. Ja. Das stimmt, ne? Inflation und so.